und sind aber fast nennen die einfach limbo bimbo ich nenne einfach limbo ab natürlich jungs oder wenn und aber wir jagen die alle durch die lobby ich kann nur harte wenn wir verwenden warum baume ich mich doppelt welcher macht die scheiße leiser wirklich ich habe mich gut gehalten ich dachte kurz ich habe ein meg verstanden und ich wo ist der fokus ich bin voll drin aller ich dampfe aus dem arsch weil ich eine chili gegessen habe jetzt hilft mir doch mal ich bin oder warte 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 erst mal eine panikpyramide sind wir jetzt hier fertig mit dem baden so diese dinge in der luft und dann gucken wir mal attackieren hier ist kein schweinalter in der rechtsstaat hat der da hinten erstmal einen fall soll ich mir sorgen machen hier ist ja wirklich kein schwanz mehr meine fresse schepperts denn wer könnte das sein keine frage so ein schaden der rechtsgebäude sei ich als schrott wenn ich jetzt gern anfang zu brennen dann ist aber los hier die solchen sonst heißen justus oder was lass uns die fetzen ja hallo der wolf hat den einfach gekillt ich fange an zu holen wenn die hütte kaputt machen hier kommt aber ordentlich was gerechnet haben kein auto wir haben gar nichts wir sind drauf wir gehen auf jungs das war es und tschüss wow das ist ein herrick was oh mein gott ist noch so ein bittnis schildnis ich habe aber schon dran was sollen wir machen wie nennt ihr die dinger denn ich renne jetzt in den tornado räume ja alles scheißegal wenn sie alles zerstören soll ich das euch klar bei mir sind also zahle er sage ich ja gestennt das misty einfach mal alles hingefolgt in richtung wird schon funktionieren scheiß auf dich stirbt doch als eine bessere schule findet als eine graue sagt mir bescheid ich bin dafür nicht gemacht ich bin so ein draufgegangen weise jetzt kommen auf hin zum tornado fokus jungs fokus ihr fest ihr knallt irgendwer rum mit seiner dreckigen sniper ist ich bin weg vom fenster hier sind die anderen assist ich sitze ich merke vielleicht gibt es einen headshot hier saßt ihr ihr frisst das gibt das her ist meins verhalten jungs wir sind mitten in der zone es leben elf leute wir sind drei wir holen die runde ich brauche diese stoff die kommt selbst noch welche aus diesem scheißdorf hier vorne ich gehe mal ein bisschen lunsen hier über den hügel hinter uns kracht 18er white 18er white da knallts jungs ich knall dem so den header hinter uns rechts von uns hinter mir über mir weiß ich nicht also naja der wird gefetzt ja keine sorge nein ich brauche hilfe meine fresse beruhigt sich noch nicht tot alle meine fresse ist das eine hektische scheiße hier wir kommen an auf den fetzen meine konzentriere dich doch mal starke leistungen uns weitermachen 1 gegen 1 ich bin tot jungs das wisst ihr da kommen der mann ist richtig schafft gar nichts ja ich bin absoluter da kommt nervig doch nicht hör doch auf mit der scheiß wohin willst du denn da bin ich einfach aus als richtig ist der taktische muss wieder high ground pass mal auf fresse und dann rennt sei wieder nach oben da renne ich ja unten das spiel die scheiße ich bin dazu wo soll ich denn hin jumpen da muss ein bisschen krank hier du bist der kollega was ist es jungs was ist es wichtig let's go ja